Nein, heute ist nicht Spieltag auf Schalke, heute ist nur Abschlusstraining. Und trotzdem sind hier heute mehrere tausend Fans hergekommen, um ihre Mannschaft auf das so wichtige Spiel gegen den 1. FC Köln einzustimmen. Schalke und seine Fans, das ist schon was ganz Besonderes. Schluss auf Schalke, 0 zu 0 zwischen S04 und dem FC. Licht am Ende des Schachts bei Thomas-Reis-Team. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es dafür nur einen Punkt gibt. Es ist das zweite 0 zu 0 in Folge. Ja, der zwölfte Punkt für Schalke. Aber reicht das alles, dieses 1-Punkte-Aufsammeln unterwegs? Fehrmann spielt wieder zu 0. Schalke holt den 13. Punkt. Ob das reicht, ist die große Frage. Es bleibt dabei, sie müssen Spiele gewinnen. Sie müssen Spiele gewinnen. Sie müssen Spiele gewinnen. Es ist gut! Und ein Tor! Drechsler mit dem 1 zu 0. Zehnte Minute. Im Keller brennt noch Licht. Salazar gegen Sosa. Salazar vorbei an Sosa. Fass und Tor! Bülter 2-0! Oh, Bülter! Und Tor! Bülter! Und jetzt ist er drin! Und jetzt ist es auf Null Tag! 0 zu 2! 2, 1, Peter! Ausgleich! Gut, gut, gut! Caravan mit dem 2 zu 2! Okor und Schalke hat das 1 zu 1! Söhrer und Schalke 5. Geist